Schlürf und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft PE Let's Play und zwar zur 34. Folge und ja ich habe zwischenzeitlich wieder etwas gefarmt sieht man hier in der mining chest also ein zwei drei vier fünf sechs stecks cut the stone ein steak ach nee das war falsch tut mir leid 19 kohle eigentlich wärs und dann ganz viel käse hatte halt auch dann noch feuersteine gegeben die kann ich dann für weiter benutzen auch nur noch federn und dann noch 10 eisen mehr als die kohle habe ich gemerkt eigentlich ist noch lustig also durch das eisen rein dann werde ich mir auch eine rüstung machen können mal schauen brustpanzer und den rest werde ich mir nachher und nachher anziehen und ich bin noch mal über den über die brücke gelaufen und ich muss zugeben es ist die hässlichste brücke die ich hier gebaut habe aber keine ahnung warum aber ich habe jetzt einfach die wird noch komplett abgerissen und neu hingetan also dass sowas geht nicht und jetzt gehe ich schnell als erstes noch zu meiner plantage weil ich herausgefunden habe dass ach nein das habe ich ja schon mal gemacht das wachsen mit fackeln besser geht aber anscheinend wächst es nicht wenn ich nicht in der nähe bin aber ich bin ich hier nicht in der nähe und es hat doch keine kessel mit der mich das wasser nehmen kann das heißt irgendwie es funktioniert nicht ja mein bruder kommt jetzt vielleicht hinein ich hoffe nicht und die zeit habe ich vergessen aber wir sind ja dann wie okay es ist meine schwester die weiß es noch nicht aber sie kann glaube ich nicht mein zimmer und ähm dass ich sagen wollte eva was wollte ich sagen keine ahnung ich mache mir jetzt schnell meine rüstung fertig wenn es reicht ja es reicht okay ach nee so schön okay habe ich eine eisen rüstung wenn auch nicht mehr so verletzbar wie vorher und ja ich nehme mal schon ich nehme mal als aus dem mining chest und tue es einordnen und ich könnte mir einen kistenraum machen oder wenn das hier hinten der christen raum wird denn einfach verschönern okay ich hoffe es deutlich nicht hört sich etwas im hintergrund zu meinem vater oder so doch ja ich habe sonst nie die zeit gehabt aufzunehmen hier hier kurz 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 jao gut meine schwerson ist expire war eine medien laufen kann ich das nicht ein druck doch gibt es nicht ach so okay mehr muss ich dann einzeln rein tippen jetzt funktioniert aber wahrscheinlich welches holzkohle gewesen ist ja okay m hier wird wahrscheinlich ist mein kist im raum kurz warten wegen meines okay also ich muss holz abbauen gehen für die kissen meine axt ja dabei irgendeinmal werde ich seine fette hölzplantage anbauen die dann noch und noch cool aussieht so richtig so okay vielleicht auch nicht aber vielleicht einfach im fall oder so so okay weiter und ich freue mich richtig auf das update heute abend soll es kommen und wenn nicht dann in zehn tagen zehn tagen ist es länger aber ich glaube es sollte heute abend kommen würde mich riesig freuen dann kauf werde ich auch gleich einen server kaufen und alles und ja heißen habe ich ja wenn das update kommt dann kann ich ja einen kessel machen reicht auch nicht okay doch ich gehe jetzt einfach mal 18 nachricht für 9 chest ja geht wird schon klappen so jetzt muss ich still sein kurz kurz kurz, 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 Cool, ja, das wird cool. Noch, ähm, noch vier Holz für die Teilhessen, Jess. Okay, sieben Minuten, ich muss bald die Aufnahme beenden, ich tue einfach noch die Kisten einordnen und diese dann halt, ähm, sie einordnen und sie dann füllen und beschriften. Ne, nicht beschriften, aber ja. Okay, 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 okay. Jetzt, jetzt ist er wieder weg, mein Vater, jetzt kann ich wieder sprechen. Und es tut mir wirklich scheit, dass ich so still sein musste. Das war sicher extrem langreich für euch, doch, ja, tut mir einfach leid. Es, ja, ich konnte nicht verhindert werden. Ich könnte? Ne, ich mach das so. Da, und jetzt das Schild. Okay, ich brauche noch, ich mache das, glaube ich, mit Holz. So, okay, ich habe ja zu wenig Holz. Ich muss schon wieder Holzfarm gehen. Puh, 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 puh. Übrigens kann ich jetzt irgendwie wieder längere Filme hochladen, keine Ahnung warum. Ähm, einfach, jetzt ist es vielleicht so, jetzt ist es einfach nicht mehr so schlimm, wenn ich, ähm, 15, 16 minütige Filme habe, äh, Folgen habe. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, also ich werde noch ein Testvideo machen, um es das zu kontrollieren, ob es das wirklich geht, weil sonst, wenn ich eine Folie aufnehme, dann muss ich sie wieder, ähm, schneiden. Wenn, wenn es nicht funktioniert, und dann muss ich, äh, und ja, dann ist es halt wieder schlechte Quali. Denn ich habe immer auch kein vernünftiger Video können weitergefunden. Äh, ja. Wo war jetzt? Äh, was, was, wieso, wo war jetzt? Ich weiß ja, wo mein Haus ist. Ähm. Okay, jetzt wird rechnen, jetzt muss ich rechnen. Also. 64 durch 6 gibt 10. Und 10 gibt, also, 9 Schilder werde ich machen können. glaube ich. Mal schauen. Oder doch 10. Keine Ahnung, mal schauen. 11. 11 sogar. Das könnte reichen, eigentlich. Ach ja, weshalb habe ich jetzt Schilder gemacht? Ich wollte gar nicht Schilder machen. ähm. Ach ja, und 11, weil ich ja schon ein Schild hatte. Da, ähm. ähm. Meinen. Meinen. Chest. Chest. Okay. Das, das, das restliche Holz werde ich in der nächste Folge fahren gehen. Und es tut mir leid, dass ich so still sein musste zwischenzeitlich, ist auch kurz. Es ist einfach, ich habe keine andere Zeit gefunden zum Aufnehmen und ja, es ist halt alles ein wenig brenzlig, brenzlig und somit verabschiede ich mich hier vor dem Haus. Ich hoffe es hat euch gefallen. Liked es, wenn es euch gefallen hat und bis nächstes Mal. Ciao Leute.